Die Märkte sind wieder relativ stabil. Das liegt vor allen Dingen an den amerikanischen Märkten, die hausieren, weil die Zinsen möglicherweise gesenkt werden. Im DAX, da präliert die Conti, weil sie keine Gewinnwarnung geben und die Bayer, die fällt negativ auf. Wir besprechen die Details. Und der DAX, der steigt deutlich an. Wir stehen bei 19.258 Punkten, jetzt kurz nach sechs und wir sehen eine deutlich dynamische Entwicklung, zumindest in den letzten Stunden. Und das ist geprägt durch die Amerikaner. Wir sehen hier den S&P 500, der sich nun aufschwingt, ein neues hochzumachen bei 5.786 im Moment. Und das Ganze ist auch bei der Nasdaq zu sehen. Hier auch deutliche Aufschwünge, noch kein All-Time-High, aber in diese Richtung geht es. Und wir sehen beim Dow Jones auch hier wieder eine ziemlich positive Entwicklung. Und das liegt hauptsächlich daran, dass die amerikanische Notenbank in ihrem Protokoll unmissverständlich klargemacht hat, dass sie die Zinsen zeitnah senken wird. Obwohl der Arbeitsmarkt stark ist, obwohl die Wirtschaft in den USA relativ robust ist, wird sie wahrscheinlich die Zinsen zügig senken. Und das alles inspiriert den Markt. Wenn wir uns den deutschen Markt anschauen, dann sehen wir eine Continental mit 6,8% im Plus und eine Bayer mit 6,7% im Minus. Zwei Werte, die hier besonders herausfallen. Wenn wir uns das genauer anschauen, den Conti-Chart anschauen, dann sehen wir es. Hier eine große grüne Kerze, aber im größeren Bild fällt uns auf, dass die Conti ziemlich schlecht unterwegs ist und nochmal so von der Klippe gesprungen ist oder an der Klippe vorbeigekommen ist. So um die 50, 51 Euro. Das war nämlich so das letzte Tief, so der Bereich um 50 Euro. Und der Markt ist jetzt froh, dass es keine Gewinnwarnung gibt. Und man hat eigentlich das Schlimmste erwartet bei der Conti und dementsprechend ist die Euphorie jetzt nach den Meldungen relativ positiv. Es geht vor allen Dingen um die Reifensparte, die ja eine sehr hohe Marge abliefert. Hier wird man mehr Gewinn einfahren, der Bereich mit den Bremssystemen, die ja eigentlich Probleme machen mit BMW. Die können wohl auch eine höhere Marge einfahren. Das liegt wohl daran, dass man die Preise erhöhen konnte. Man hat clevererweise bessere Preise verhandelt. Es gibt ja die Probleme immer noch mit dem Bremssystem bei BMW. Man hat sich noch nicht geeinigt. Man zeigt sich auch ziemlich selbstbewusst und sagt, wir haben nicht das Problem verursacht, dass BMW über 1,5 Millionen Fahrzeuge davon betroffen sind. Eine Million müssen zurückgerufen werden. 1,5 Millionen sind wohl insgesamt davon betroffen. Das Manager-Magazin hatte berichtet, dass wohl verschmutzte Platinen aus dem Werk in Ungarn wohl das Problem sein sollen bei Continental. Aber wie dem auch sei, es ist der Automotive-Bereich, der jetzt eben überrascht, obwohl dort eben auch diese Bremssysteme sind. Die Profitabilität in dem dritten Quartal könnte hier gesteigert werden. Man hat bessere Preisverhandlungen geführt. Und das alles führt dazu, dass die Aktie so nach oben steigt. Warburg Research hat das Kursziel für die Conti jetzt auf 80 Euro bestätigt. Kaufen, Kursziel 80 Euro, das ist in dieser Bereich hier ungefähr. Man hat wohl eben in diesem widrigen Umfeld die Margen stabil steigern können. Cheffees sagt ebenfalls kaufen, Kursziel 82 Euro ist sogar noch ein Schritt drüber. Nur Bernstein Research sagt Underperform, Kursziel 55 Euro, also hier unten irgendwo. Aber man sagt, es ist positiv, dass es kein schlechtes drittes Quartal gibt. Und man könnte eben vielleicht sogar ein positives viertes Quartal machen. Börser Online hatte auch noch in der aktuellen Ausgabe darüber berichtet, dass die Conti möglicherweise sogar ein China-Profiteur sein könnte, weil man nämlich in China ein neues Werk geöffnet hat. Man wird bis zu 18 Millionen Reifen pro Jahr in China produzieren. Und wenn China wieder anzieht im Absatz, die E-Autos laufen ja wie geschmiert, brauchen ja alle irgendwie Reifen, dann könnte eben die Conti davon auch profitieren. Und deswegen, ob das jetzt wirklich eine reinrassige China-Story ist, ist mal dahingestellt. Aber trotzdem wird das Argument hier herangezogen. Und eine Börse Online sagt auch, Kursziel 78 Euro, KGV 8, Börsenwert 12 Milliarden, das ist zu wenig. Und Conti wäre eine reinrassige Turnaround-Story. Ganz das Gegenteil bei der Bayer, die steigt überhaupt nicht, sondern die fällt weiter ab. Und damit trübt sich auch das Chartbild ein. Wenn wir uns das anschauen, wir sehen die Bayer heute als Hauptverlierer. Ich mache den Chart auf. Dann sehen wir es hier auch eine starke Abwärtsbewegung in den letzten Jahren, kann man schon so sagen. Und jetzt hatte die Aktie so eine gewisse Stabilisierung hinbekommen. So in dem Bereich von 25, 20, 25 bis 30 Euro, 30 Euro, 30 war die Bayer relativ gut unterwegs. Und es sah so aus, als könnte sie hier oben ausbrechen. Fehlsignal. Nun geht es schnurstracks nach unten. Es gab keine wirkliche Meldung, aber es wird wohl mit den Rechtsstreitigkeiten zu tun haben, die man immer noch in den USA so an der Backe hat, sage ich jetzt mal. Diesmal geht es auch hier nicht unbedingt um das Roundup-Rechtsstreitigkeiten, sondern mehr um das PCB. Es ist wohl so, dass man hier auch Klagen anhängig hat, obwohl man bei PCB eigentlich schon jahrelang diese Grundrohstoffe nicht mehr produziert. Der Monsanto hatte vor 40 Jahren die Produktion von PCB eingestellt. Aber diese Stoffe scheinen wohl sehr lange in der Umwelt Bestand zu haben. Und es gibt Rechtsstreitigkeiten, Klagen von 200 Personen einer Schule. Die Klagen nämlich, dass hier PCB-Materialien verbaut sind, obwohl das andere Firmen, externe Firmen verbaut haben, diese Sachen in Lampen oder anderen elektronischen Geräten. In den 70er Jahren wohlgemerkt hat man das Ganze dann eingebaut. Damals gab es gar keine Alternativen. Man musste es einbauen und mittlerweile hätten auch die Schulen saniert werden können. Und diese Rechtsstreitigkeiten, die sind weiterhin anhängig. Und man hat zwar einige beigelegt, aber das könnte ein weiterer Grund sein, dass die Bayer jetzt so abrutscht. Und charttechnisch ist es damit problematisch. Denn wenn der Verkaufsdruck jetzt hier anhalten sollte und der Gesamtmarkt vielleicht ein bisschen konsolidieren sollte, dann könnte die Bayer auch hier unter das letzte Tief bei 25,50 fallen. Aber so weit ist es noch nicht. Im Moment ist der Markt noch stabil. Vielleicht gehen wir bald auf die 20.000, denn die amerikanischen Märkte, schauen wir uns nochmal an, wie sie aktuell stehen, die hossieren vor allen Dingen der S&P 500. Hier gab es ja viele Nachrichten über eine mögliche Zerschlagung von Google in den USA. Also Alphabet soll zerschlagen werden. Da hat aber die Kursreaktion bisher wenig gezeigt. Nvidia war ja gestern so ein Treiber. Die Aktie auch wieder deutlich erholt, Kaufsignal hier generiert. Das treibt auch den Markt an. Wir sehen eine Apple, die auch wieder stabil ist, wenn man sich das anschaut. Also keine negativen Nachrichten im großen Bild, außer bei Bayer. Und das ist natürlich für den amerikanischen Markt völlig uninteressant. Also wir sind stabil unterwegs. Wenn euch das Video gefällt, bitte gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Bis die Tage. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.